Es wird eine Mega-City! Ja! Ab in die Verlängerung! Es war 3-0! Jawoll! Moin Leute! Was gab Herzlichkeit? Kommt zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal Gamer-Axis! Heute kommen wir zu einem neuen Stadion-Vlog und ja, heute bin ich beim Testspiel vom KSC gegen den TSV 1860 München und ja genau 1860 München, 3. Liga Hat sogar Abstiegskampf gehabt letztes Jahr und genau Ich hoffe, das Video gefällt euch! Lasst sehr gerne kostenlosen Daumen nach oben da Abonniert den Kanal, helft mir auf dem Weg zu den 500 Abonnenten und aktiviert natürlich auch die Glocke Spiel geht jetzt ein paar Minuten los Ja genau Ich freue mich, dass der U23-Vlog euch so gefallen hat Deswegen werde ich den heutigen auch so in diesem Style machen ohne Ton, sondern mit Musik im Hintergrund und nur bei den krassen Szenen gibt es nochmal ein bisschen Ton Genau Ich sag, heute gibt es so ein 2-3-0 oder so Keine Ahnung Schätze ich mal so Ich sag 2-0 1860 ist nicht so schlecht Heute fallen auch zwei Spiele aus Rupp und Babasa Conte Ich glaube, so heißt der Genau Und jetzt rein ins Stadion Let's go! Natürlich nicht ins Stadion, sondern auf dem Nebenplatz Schreibt der schon wieder für die Scheiße Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Wang hier Kom hoch her. Okay, ich sag das noch mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.